Ich habe immer wieder Angst vorm Umkippen, dadurch wird mir schwindelig und ich kann gar nicht mehr alleine sein, möchte aber auch keine Tabletten nehmen, bin aber total am Ende und weiß nicht mehr weiter. Bitte mach mal zwei Dinge. Erstens schaust du dir das allerwichtigste Video an. Zweitens schaust du dir bitte das Video an, ich habe Angst ohnmächtig zu werden. Das ist dieses hier, wo ich wahrscheinlich ziemlich genau deine Situation beschreibe und dir hilfreiche Tipps und Aspekte mitgebe, mit der du danach erarbeiten kannst und deshalb, dir kann geholfen werden, du kannst dir selber gut helfen. Es wird mehr dahinter stecken als nur, ich habe Angst um Umkippen, es ist schwindelig, aber das ist natürlich so die Eisbergspitze. Und das Wichtigste, das kriegt man auch gut ohne Medikamente hin. Man kriegt es auch gut mit Medikamenten hin, darf sich aber nicht darauf verlassen, dass die Medikamente das alles fixen würden. Das tun sie in der Regel nie auf lange Sicht. Deshalb, wenn du diese beiden Sachen dir anschaust, kommst du in einen der nächsten Livestreams, schreibst Kommentare, dann bauen wir darauf auf und können dann mit Sicherheit gut weitergehen.